Die Raststätte, eine Liebeserklärung. Raststätten gelten als Inbegriff deutscher Durchschnittlichkeit, als Orte, an denen man nur Halt macht, wenn es unbedingt sein muss. Aber was gibt es dort zu entdecken, wenn man nicht nur kurz Kaffee trinkt oder tankt? Er hat sich also auf einer Autobahnraststätte, und zwar Garbsen-Nord, mehrere Tage einquartiert und mitgeschrieben, entstanden ist die längst überflüssige Liebeserklärung an einen schildernden Durchgangsort sowie an die Menschen, die dort arbeiten. Und das ist auch wieder total faszinierend. Man geht da hin, man versucht das Essen und Trinken zu vermeiden, weil das ist alles überteuert. Man muss leider Sanifair benutzen. Überall in diesem Land ist das alles gleich. Und es ist alles durchgetaktet. Eine Raststätte ist kein wohnlicher Ort. Und die armen Menschen, die gezwungen sind, dort zu übernachten, die meisten halten ja nur kurz an, aber gerade eben die Fernfahrer, die dort die Zeit verbringen, die Menschen, die dort arbeiten, die Menschen, denen Raststätten gehören. Familienbetriebe mehr oder weniger. Und er hat das dann alles immer so beobachtet, so den ganzen Tag und auch nachts und so und sich Gedanken gemacht. Das liest sich auch ganz, ganz, ganz interessant. Und habe viel auch gelernt über Autobahnen, auch über Raststätten, über die ersten Raststätten, über die ersten Autobahnen. Die haben mit unserer Avus und so nach dem Motto die schönste Autobahn-Raststätte Deutschlands, der schönste Streckenabschnitt, die Avus überhaupt, da werden natürlich alle, die grundsätzlich gegen Autos sind oder so, sagen, naja, aber ohne geht es ja nun halt auch mal nicht. Und auch nicht ohne Autobahnen. Und ohne die Autobahn-Raststätten auch nicht. Und es ist auch ein Buch, wo man immer mal wieder drinnen blättern kann. Ich habe es aber auch hintereinander gelesen, genau wie dieses Stuttgart-Buch. Ich fand beide sehr empfehlenswert. Stuttgart-Raststätten